Hallo, herzlich willkommen auf unserem Jagd- und Sportkanal. Ich befinde mich heute hier bei uns im Showroom im Bereich der Bekleidung. Und das nicht ohne Grund, denn wir haben ein neues Gewinnspiel gestartet. Jeder von euch, der zwischen 1. November und 23. Dezember, egal ob online oder über Händler, Bekleidung von X-Jagd oder von Jagdhund oder Magdbootstiefel gekauft hat, hat die Möglichkeit, seine Quittung einzuscannen und an gewinnspiel.xjagd.store oder an gewinnspiel.xjagd.store zu schicken, je nachdem, was er welche Produkte gekauft hat. Es findet dann jeden Adventssonntag und an Heiligabend eine Auslosung statt und der und die glückliche Gewinnerin bekommen dann das Geld als Cash ausbezahlt. Und was macht man dann mit dem Cash? Natürlich, man geht wieder auf unseren Jagd- und Sport.store oder Jagdhund.store oder X-Jagd.store und dort findet jedes Jägerherz und jedes Sportschützenherz dann alles Mögliche, was es begehrt. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer. Kauft fleißig ein, einscannen an gewinnspiel.xjagd.store oder gewinnspiel.jagd.store einschicken und mit etwas Glück seid ihr dann dabei. Also in diesem Sinne Weidmannsheil und alles, alles Gute.